Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einer brandneuen Folge Resident Evil Biohazard Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid Euer Transac für euch wie immer am Mic So Ich will gar nicht immer so sagen, so ist es doof, wenn man das sagt Aber hab ich nicht mehr mal gucken Moment, oh, da war doch eben schon Ha, was haben wir da denn schönes? Steroide Krass Steroide Bam Yeah So Ich hab immer Angst, dass ich irgendwo was übersehen Okay, wir gehen mal wieder zurück Und ich geh mal ganz stark davon aus, dass wir diesen im Keller finden Und da gehen wir jetzt hin Jawohl, jawohl Hier ist Eingangshalle, ne, das ist jetzt ein bisschen langer wie im Keller Erst gleich, dann viele auf die Karte So Ich hab hier eigentlich schon durchgemacht Yeah Wir müssen andersrum, wir kommen da ja nicht rum, weil der abgeschlossen ist Ja, wir müssen da lang Ah, mal wein gucken Äh, ja, wir müssen da lang Oh mein Gott, wir müssen hier, glaub ich, durch, ne Die große Wummel gehe ich hier nicht durch. Oh shit, shit! Fuck! Fuck! Oh! 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 Oh ja! Oh ja! Oh! Oh! Fuck! 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 Shit, shit, shit! Lauf doch, lauf doch, lauf! Lauf! Oh fuck! Woh- Woh, jejejejej Mein Gott, was war das? Woh! Oh mein Gott Ich hatte mich, kann dich wieder hoch? Shit 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 shit... Weihnachtslagen, ja? Wow, was war das denn? Das geht aber nicht gut los, ja? Da kommt er auch schon wieder. Da kommt er auch schon wieder. Shit, 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 shit. Noch einer. Oh. Hab ich, hab ich. Jawohl, hab ich auch. So, nun mach auf, mach auf, mach auf. Wo ist der Zerlingungsschlüssel? Mach auf. Oh. Raus, 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 raus. Mach die Tür zu, mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Ah, gut, okay. Wow, 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 wow. Alter Schwede. Ei, ei, ei. So, wir schrauben uns hier nochmal eben um. Ach, hier kann man. Okay. Okay. Das wäre die Abkürzung gewesen. Oh. Ich guck nicht hier erstmal hinten rum. Flittenposition. Her damit. Nachladen. Wie sieht's denn eigentlich in meiner Gesundheit aus? Oh. Oh, das geht noch, ne? Auf links hab ich das, auf, ja, auf links hab ich das Beile. Okay. Oh. Okay. Weiter geht's. Oh, shit. Ich sollte ihr Vater sein. Jetzt sagt sie, dass ihr Ihr Vater sein wird. Nein, 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 nein. Ich werde ihn finden. Und werde ihn leiden lassen. Und du mein Freund. willst mir helfen. Mr. Baker. Die Psychopathen. Warte. Oh mein Gott. Das war unser Hundekopf, den wir brauchen, um hier rauszukommen. Verdammte Axt. Das war irgendwo weiter? Nee. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Da komm ich nicht durch. Ich glaub der zurück. Nee, ich geh wieder durch. Oh, ja. Das Kraut, das. Abition. Kraut. Schau mal, hier schnell, ob ich hier nochmal was kombinieren kann. Kraut. Nee. Ich hab ja auch mal hier eigentlich genug Platz hier. Also das ist in Ordnung. Der Platz ist nur da. Ich hab irgendwas. Genau in der Ecke. Auch nicht. Schau den mal eben. Dann geht sie da hoch. Ich würde sagen, ich bin leicht angeschlagen. Ich bin am überlegen, ob ich hier noch... Oh mein Gott. Mr. Bakers Spielzimmer würde ich sagen. Oh, das riecht ganz heftig nach Moskau. Ich hab meinen Schloss drauf. Ach. Okay. Wenn ich hier jetzt versag... ... ... ... Armoredeputé. Da ist er und da haben wir den Kopf. Let's do it. Oh shit! Oh shit, shit, shit. Du kommst hier nicht raus! Oh shit, shit. Oh shit, shit. Du bringst mich durch und du kommst hier runter. Shit, shit, shit. Shit, shit. Heilung. Heilung! Oh shit, wo ist der, wo ist der, wo ist der? Oh shit! Oh shit! Erste Hilfe, erste Hilfe! Mach doch erste Hilfe! Ich bleib dir die Idee. Ich bleib dir die Idee. Ich bleib dir doch gegen! Scheisse! Nachladen! Nachladen! Woah, 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 woah! Oh shit! Oh shit, shit, shit. Oh shit! Woah, 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 woah! Woah, woah, woah! Oh, 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 oh. Oh, jetzt muss ich wieder nachladen. Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Ja, ich auch. Oh, shit. Oh, ja, ich werde mit den Kettbegern. Ich werde mit den Kettbegern. Kettbegern. Oh, 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 oh. Nein, ich habe es. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, was fast zu sein? Wieso bleibst du denn? Wow, 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 wow! Oh, ich habe mich nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr. Oh, ich habe mich nicht mehr gemacht. Oh, ich habe mich nicht mehr gemacht. Oh, ich habe mich nicht mehr gemacht. Das ist ja nicht. Um zuerst ein, was ich nicht mehr am Herzen. Oh, ich habe mich nicht mehr gemacht. Oh, ich habe mich nicht mehr gemacht. Oh, hey, hey, hey! Jetzt auf alles in der Umklinie! Wir müssen da unten rein! Oh, das ist jetzt! Oh, ich bin da! Ich bin da, ich bin da! 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 Das ist mümkün! Das ist mümkün! Das ist mümkün! Das ist mümkün! Ah! I'm standing now! Oh, shit, shit! Ah, shit. Ich war schon fast tot. Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Oh, das war ja wohl das Over-Hardcore-Finale, ja? Mir ist das, ich bin tot. Tausend Likes will ich dafür sehen, mein Lieben. Mit diesem Hardcore-Kampf hier. Was geht hier ab? Die Kettensäge ist dauernd ausgegangen. Ich bin sowas von im Arsch hier. Alter Schwede. Ich bin schon fast tot. Das grüne Kraut braucht unbedingt Heilung. Ich hoffe, ich bin hier nicht gleich irgendwo weit. Alter Schwede. Was geht hier ab? Ich bin sowas von tot. Was geht hier ab? Wow, 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 wow. Krass. So, wir haben den Kopf. Ich hoffe, dass wir hier sicherlich rauskommen. Alter Schwede. Ich brauche unbedingt Heilung. Oh, shit. Wenn mich jetzt noch irgendjemand von den Monstern spricht, wird mir das Bett vom Fenster. Ich brauche eine Waffe, eine Waffe. Ich habe, äh, okay, geladen habe ich auch. Oh, Leute, ich brauche Heilung unbedingt. Da ist auch nichts in mir gewesen, ne? Ich schaue mich da nochmal ganz schnell um. Normalerweise ziehen wir hier irgendwie in der Eckstraße. Unbedingt Heilung haben. Ich will nochmal in der Eckstraße. Oh, da ist was, da ist was. Oh, zieh es dir rein, zieh es dir rein. So, das brauchen wir unbedingt nehmen. Nicht kombinieren, du sagst, das nehmen. So. Wow, jetzt sind wir wieder einigermaßen hergestellt. So, ich schaue mich nochmal hin, einmal kurz um. Oh, meine Lieben, das wird eine super-Actor-XXL-Super-Doppelfolge hier, würde ich sagen. Wir haben diesen ätzenden Baker endlich in die Flucht geschlagen. Und jetzt machen wir uns zurück. Auf dem Weg, unsere, wir sind immer noch etwas angeschlagen. Und dann machen wir den Kopf einzusetzen, oben, dass wir hier endlich rauskommen und sich zur Psychopathen-Hülle. Und sich entscheiden, wo ich ihn langweil. Shit, wo geht das hier denn noch raus? Danke, alles. Hier, ne? Genau, los, raus, raus, raus. Los, raus, ja. Oh, Mr. Baker, der hat mich hier völlig, fertig gemalt. Da komme ich nicht durch. Los, raus, hier. Ach, komm, Monster mehr. Das war ja wohl das Super-Actor-Finale hier. Los, raus. So, und schnell speichern. Oh Gott. Irgendjemand sinkt hier. Die Alte. Da ist sie. Ja, ich muss jetzt erst mal speichern. Leute, das soll es gewesen sein für diese Folge. Das nächste Mal geht es natürlich spannend weiter hier. Ich muss mich erst mal wieder holen hier. Haut rein. Und ja, wäre super, wenn ihr ein paar nette Likes und ein paar coole Comments da lasst. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer TwainSex sagt tschau und wünsche euch noch eine superschöne Woche. Bis dann, haut rein und tschüss. Bis dann, haut rein und tschüss.